Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister, wie ihr seht, vor der Moschee in Mekka, mitten in der Nacht, wir haben jetzt ungefähr 12 Uhr, und hier seht ihr jetzt alles voll, weil die Leute noch rein wollen, die wollen in die Moschee rein, noch Tawaf machen, ja, und, was sagen wir dazu, endlich mal wieder normale Leute in Mekka, Alhamdulillah. Denn normal ist es, das zu tun, was Allah von einem erwartet, Allah sagt, wa mea khalaqtul jinnu wal insa illa liya'budna, wollt ich auf was aufmerksam machen, hier meine neuen Klamotten, gesponsort von Tuba Collection, deswegen, wenn ihr auch gute Klamotten haben wollt, aber die Schuhe nicht, die Schuhe sind von mir, übrigens hieran sieht man, wie erkennt man einen Deutschen in Mekka, Strümpfe mit Badelatsche, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.